Hallo Freunde und wieder herzlich willkommen in Phoning Home. Annie hat uns gerade mitgeteilt, dass irgendwo da oben eine Höhlenöffnung sein muss. Sie will zu Zyster zurück, zu ihrem Raumschiff. Ja. Das bringt uns nichts. Okay. Irgendwo da oben, sagt sie. Wir waren ja schon mal da oben. Wir waren doch schon mal da oben. Hier scheint es ja nicht zu sein. Hier waren wir schon mal oben. Tja, hier scheint es nicht zu sein. Wo nur? Wo kann es sein? Wo ist die Öffnung? Hm. Langsam wird es aber windig und ungemütlich. Wie kommen wir da hoch? Kannst du es mir sagen? Natürlich nicht. Noch ist sie glücklich. Aber wie lange wird sie noch glücklich sein? Wird sie ihr Glück mit uns teilen können? Irgendwo da oben. Da oben vielleicht? Oder was meinst du mit oben? Ist es nicht relativ? Sind wir nicht alle oben? Hm. Und wie hoch muss ich? Tja. Das ist hier die Frage. Wo da oben? Tja, das reicht wahrscheinlich nicht aus hier, ne? Ein Gesuch. Protoniken, ja. Wie kommt hier ein Autoreifen hin? Soll das doch so sein, dass hier die Menschheit existiert hat? Also hier scheint es aber wohl nicht zu sein. Ich überprüfe das erstmal hier alles. Ja, aber nicht. Jetzt kann ich hier selber nicht mehr raus. Na? Jetzt können wir hier nie wieder raus. Das hat ja gar keinen Zweck hier. Hier kommen wir auf meine... Ion, jetzt melde dich. Ion ist gestorben. Lass mich nicht alleine. Ion? Tja. Das war es erstmal mit Eiern. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da jetzt raus? Mit Annie. Irgendwo da oben. Aber wo da oben? Wo da oben? Oder können wir mit diesem Extrakter irgendwas anheben? Außer Annie. Aha. Jetzt habe ich ihren Kampfmodus aktiviert. Und ihren Folgemodus. Das heißt, also sie würde auch warten. Wo da oben? Wenn du genug im Müll gewühlt hast, kannst du dir mal Gedanken machen, wie er hierher kam. Ähä, 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 ähä. Irgendwo da oben muss eine Höhleentöffnung sein. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, Annie. Aber wo? Ich wette, sie vermisst mich schon. Wir sollten uns nach einem Weg nach oben umsehen. Okay. Tja, Annie, aber wie komme ich hier hoch? Der Extrakter bringt gar nichts. Ich dachte, ich könnte damit eventuell den... den Müll anfassen und hier sortieren. Ich kann nur sie... Wall-E... Oder? Das scheint es ja nicht zu sein. Hier ist er ja schon ein paar Mal gestorben. Wie... Wie kommen wir denn da oben hoch? Da fällt er runter und stirbt dann. Toll. Irgendwo da oben. So, dann hier... Eine Höhlenöffnung. Hier ist ja eine Höhle, aber... Das kann doch hier nicht sein, oder was? Nee. Nicht schon wieder sterben. Tja, ich bin da so ein bisschen ratlos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gar keinen Plan. Das dauert so lange hier. So, ich habe das mal versucht. Das hat gar keinen Zweck hier. So, jetzt ist er hier hoch. Als wenn er hier nicht hoch soll. Also, das kann es ja nicht sein. Na klar wird hier oben irgendwo eine Eröffnung sein, aber wo? Sie hilft mir nicht. Annie, was kannst du machen? Noch ist sie glücklich. Aber sie kann uns nicht helfen. So. Wie... Kommen wir jetzt hier raus. Irgendwo da oben. Das hat keinen Zweck. Wenn du hier so springen könntest, hier oben raus. Aber du kommst ja hier an der Seite auch nicht längs. Das ist ja, was ich meine. Wir treiben uns jetzt hier in der Gegend rum. Wir haben Annie. Sie hat ihren Kampfmodus. Und... Wir müssen da oben irgendwo rauf. Da ist ein... Ich sag mal, hier oben sind ja auch noch Gegenstände. Also muss hier oben irgendwas sein. Verdammt. Hier haben wir noch Bodenschätze. Hier hinten ist das doch nicht. Hier waren wir doch schon oben. Hier kam es ja auch nicht weiter. Guck mal, da oben. Da liegt ja noch Material. Hier kann man noch nicht weiter. So, sie kommt ja auch gar nicht. Und jetzt hier? Nerv. Sag jetzt nicht, dass ich hier lang muss. Klar muss ich hier lang. Pass auf. Kriege ich sie jetzt von hier oben? Das checken wir noch gleich mal an. Die vier. Das Ding. Ne. Auf die Entfernung nicht. Kann ich sie damit hochnehmen? Gott, was fehlt die denn jetzt hier? Also, was ist das hier? Reparatur-Kit-Treibstahl? Oh oh. Mir fehlt Material. Ich kann nicht mal mehr Treibstoff basteln. Eine Energiezelle kann ich mir noch zaubern. Aber davon haben wir jetzt genug. So, jetzt haben wir keine mehr. Was ist das? Schallkreise brauchen wir nicht. So. 15 Prozent. Naja, es geht immer was flöten, ne? Wir müssen... Sie ist aber auch weit unten, ne? Wie weit kriegen wir sie denn jetzt hoch hier? Ne. Und jetzt? Kommt sie jetzt hier hoch? Ja, hier kommt sie nach. Aha, ich muss sie mit hochnehmen. Okay. Das scheint was zu werden. Aber das scheint auch der Weg zu sein. Wir haben ihn gefunden. Na toll. So, jetzt aber. So. So, komm mit. Komm Annie, wir haben es geschafft. Wir werden das jetzt mal zwischenspeichern. Ich glaube, wir haben den Weg gefunden. Es war nicht einfach, aber... Wir haben ihn gefunden. Wow. So was machen Explorer also den ganzen Tag. Das ist mir auf P1 nie klar geworden. Tja, so ein Held bin ich, Annie. Ich dachte immer, was ist so toll an Explorations. Auch an Explorations. Explorations. Das machen wir. Man läuft rum und schaut sich und so weiter. Nicht so anders als der Kauf meiner Knarre. Aber das ist hier sehr anders. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kommt sie jetzt hinterher? Genau. Guck mal, hier sind wir noch gar nicht lang. Das ist der richtige Weg. Was ist das? Aber es scheint der richtige Weg zu sein. Oh. Annie. Warum kommt sie da wieder nicht hin? Annie, komm. Feuer abspeichern. Finde ich ganz gut. Da haben wir sie schon einmal abgesetzt. Das ist Rohmaterial. Oh, wie er immer den Kopf... Was ist denn das? Was verliert er denn da? Irgendwas habe ich jetzt zu wenig. Ah, ich brauche... Nanos brauche ich nicht. Treibstoff habe ich noch. Energie. Energie. Gut, Energie brauche ich nicht. Treibstoff... Ich kriege keinen Treibstoff hergestellt, weil sie kein Mytox hier oben ist. Was ist denn das? Treibstoff oder ist das... Und sie? Kann sie Treibstoff herstellen? Hat sie Treibstoff? Sie hat doch Mytox hier, ne? Kann ich das nicht nutzen? Wieso kann ich das nicht nutzen? Weil das nur für sie ist, ne? Da stellt sich sehr was her, wa? Das kann ich gar nicht gebrauchen, ey. Oh, verdammt. Hochflexibler. Korrosion hat einen sehr zerstörerischen Effekt auf Annie. Es beeinflusst ihre Beweglichkeit und zerstört sie irgendwann endgültig. Deswegen kommt sie wahrscheinlich hinter uns her. Aber ich dachte, ich könnte von ihr irgendwie partizipieren, indem ich von ihr Material kriege. So, scheint aber nicht so zu sein. Also, wir haben bloß noch 2% irgendwas. Ich brauche Mytox. Meine Struktur ist ziemlich... Wo ist sie denn? Sag jetzt nicht, dass sie runtergefallen ist. Wo ist sie denn? Hä? Wo ist Annie? Ach, ne, das haut nicht hin. Ähm... Ne, das haut nicht hin. Wir werden noch mal kurz laden. Wir haben Annie verloren. Tut mir leid, Leute. Tag 7. Die Irren... Oh, da sind wir geblieben. Wir irren hier durch die Einöde und Schluchten. Unsere kleine Freundin vertraut uns. Wir versuchen ihr zu helfen. Ich habe die Grenze erreicht. Der Treibstoff ist auch zu Ende. Das kommt ja nicht. Deswegen kann sie nicht hinterher, weil... Was? Was ist denn so heftig? Was, wenn das hier ewig so weitergegen hätte? Das will ich nicht. Wow. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen hier oben hoch, ne? Annie, es ist zu dunkel. Aber wir müssen vermutlich hier oben hoch. Wie kommen wir hier bloß weiter? Ist das der richtige Weg? Lass uns einmal abspeichern. So, kann sie uns wieder folgen? Ja, das scheint so. Das Material kann man nicht gebrauchen. Ich speichere jetzt mal Stück für Stück ab hier. Tut mir leid, Freunde. Ich bin da ein bisschen schüssig. Ach sie, hier kommt sie ja nicht hinterher. Doch, ein bisschen kommt sie hier. Natürlich kommt sie ja noch nicht hinterher. Oh, ist hier nicht. So müssen wir aber auch ein kleines bisschen... Mein Treibstoff ist nämlich schon ganz schön zu Ende. Ich habe echt Probleme langsam. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Komm, Annie. So, das sieht immer so interessant aus, wenn diese Dinger hier leuchten. Sie ist wieder da. Noch höher. Ich weiß. Ja, wie denn? Ich habe keine Treibstoffe mehr. Bleib nur stehen. Wo muss ich jetzt hin? Wir müssen irgendwie da hin. Ich weiß, ich habe keinen Treibstoff mehr. Und ich habe auch kein... Mythox habe ich noch. Einmal Mythox habe ich noch. Und sie gibt mir kein Mythox ab. Verdammt, ey. Rostschutz. Schaue Annie an und drücke E. Rostschutz. Oh, cool. Ist der Rostschutz für mich? Das wäre echt teuer. Klar ist er für dich. So, jetzt hat sie Rostschutz. Schutzhülle. Kann ich nicht basteln. Also, ich muss mich immer um sie kümmern. So. Und ich brauche Mythox. Das kann ich von ihr nicht kriegen. Da müssen wir hoch. Wie kommen wir da hoch? Alter, ich weiß, Treibstoff. Ich brauche unbedingt Mythox. Ich brauche dringend Mythox. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Jetzt kann ich wieder alleine gehen. Das Zeug brauche ich nicht. Kommt sie mir nur wieder danach. Hier muss doch irgendwo... Pilze rumstehen. Wir brauchen Pilze. Mythox. Wir müssten doch langsam wieder Pilze sein, aber... Wo müssen wir überhaupt hin? Wir haben es geschafft, aus der Schlucht raus. Doch unser Treibstoff geht zu Ende. Wahrscheinlich werden wir Annie nicht mehr retten können. Wir haben keine Chance. Wir sehen Reste einer fremden Zivilisation. Finden wir dort Treibstoff. Ja, wo ist sie? Ach, da ist sie. Die Welt ist hart. Und gegen uns. Wir haben kaum eine Chance. Werden wir es rechtzeitig schaffen? Das Haus identifizieren. Oh. Nicht? Schau dich nach irgendetwas seltsamem um und scanne es. Ja, mache ich. Ich brauche Treibstoff, du. Kleine Maus. Wir gucken mal hier. Keimlinge haben wir. Mythox. Wir brauchen unbedingt Mythox. Wir müssen Treibstoff herstellen. Wir sollten Proben ab sofort zu Sister bringen. Sie hat tolle Analyseinstrumente. Das werden wir auch machen. So, jetzt kommen wir, schauen wir uns mal an, was wir alles machen können. Wir brauchen Treibstoff. Ein Keimling haben wir. Und zweimal Mythox brauchen wir. Also selbst Keimlinge könnten wir mitnehmen. Guck mal, hier haben wir doch schon mal. Keimlinge. Was haben wir hier? Keimlinge. Aber Mythox brauchen wir noch. Wurzeln. Mythox, irgendwo muss hier Mythox sein. Hier nicht. Hier ist Mythox. Komme ich hier nicht rein? Wieso komme ich hier nicht rein? Hier komme ich rein. Endlich. Wir haben Mythox. Wir können Treibstoff basse. Wir scheinen es doch noch zu schaffen. Es hat sich nicht alles gegen uns verschworen. Achso. So, Treibstoff. Treibstoff. Bing, 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 bing. Achso, alles klar. Dann können wir nämlich weiter basteln. Ich muss eben erstmal was wegpusten. Achso, wir müssen ja auch Treibstoff aufnehmen. Getankt. Energie. Energie. Gut. Perfekt. Uns geht es wieder besser. Diesen Zustand werden wir erstmal speichern. Und dann geht es weiter. Annie. Cool. Was machen wir jetzt hier noch? Guck mal hier, das kann man das hier noch untersuchen. Wir brauchen noch ein paar Rohstoffe, ne? Wir werden auch diese Stinkmorgel da mitnehmen. Turanon werden wir mitnehmen. Ne, wir brauchen Material, brauchen wir genug. Dort sind sie, die restlichen Überbleibsel, vermutlich von Menschen. Finden wir noch welche? Haben welche überlegt? Wir wissen es nicht. Wie werden sie uns gegenüber auftreten? Ich kann hier nichts mehr einsammeln. Was ist das, ein Kaktus? Hier geht auch nicht. Tag 8. Ich kann keine Wurzel mehr aufnehmen. Okay. Da ist noch so ein komisches Dingens hier. Achso, das geht nur damit. Guck mal hier, die Pflanzen, die Dinger kann ich nicht einsammeln. Gut. Was wird uns dort in dieser Siedlung erwarten? So, Treibstoff, 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 Energiezelle, was brauchen wir noch? Rostschutz, brauchen wir Rostschutz für uns selber? Weiß ich gar nicht. Wie werden wir das einmal machen? Ah, alles klar. Gut, das reicht. Solarmodul nicht, das. Schaltkreise brauchen wir nicht. Nanos nicht. Speichererweiterung. Fünfmal Kubus hätten wir sammeln können. Eine Speichererweiterung brauchen wir. Ja, ich brauche eine Speichererweiterung. Was brauchen wir dafür? Fünfmal Kubus und ein so ein Dingensbummelchen. Hier, Bombegleich. So, jetzt können wir uns hier fünf Kubus, also fünf Stück, einen haben wir schon. Finden wir noch welche, von diesen Tonnen. Vielleicht in dieser Siedlung. Wir schauen uns hier trotzdem noch etwas im äußeren Bereich um. Was wird uns dort erwarten? Müll. Ist das hier schon Kubus? Nein. Es sind tatsächlich die Überbleibsel einer menschlichen Rasse. Wir werden uns hier noch so eine Stinkmorchel mitnehmen. Was haben wir hier? Der Ziehkanaster. Okay. Hier nochmal. Ein bisschen Touranon mitnehmen. Und das auch noch. Also Material brauchen wir noch. Also diese komischen Würfel, die finden wir. Und dann machen wir eine Speichererweiterung. Da können wir nämlich noch mehr buchen. Da liegt sie vor uns. Die Siedlung. Wir werden sie gleich betreten. Aber erstmal sammeln wir noch ein paar Stinkmorcheln ein. Oh. Denn wir können alles gebrauchen. Auch das schwarze Loch da. Das sieht immer aus wie ein schwarzes Loch hier. Dieser Rückstand. Was ist das hier? Wasser? Es scheint hier mal Wasser gegeben zu haben. Vermutlich gab es hier mal einen See. Es war hier ein Wässerbar. Es war grün. Ich kann es wachsen hören. Na Mäuse, ich glaube nicht. Wo bist du geworden? Hier ist alles ausgetrocknet. Was wird uns hier erwarten? Ja Freunde. Aber das, was uns hier erwarten wird in dieser Siedlung, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin verbleibe ich erstmal wieder in Phoning Home. Ciao.